Oh, da geht's halt die Kurve 1. Ganz, ganz enge Sache. Pulling vorne auf der 1. Das ist der Führer, der Norden ist draußen. Pulling in the lead. Auf der 2 haben wir Regina Hernández, der Spanier, mit einem sehr speziellen siedlichen Helm. Oh, da sind die beiden Modellen. Oh, der Spanier ist draußen auf der 2. Und vorne denkt der Mann aus Australien, Alex Pulling, der kann hier locker runterfahren. Dann sind wir bei uns auf der Dunkelheit. Auf jour, aufuisheligigigigigigigigigig resto Jeff und Blatt Jakob Vielen Dank.